Wir haben natürlich noch was, und zwar gibt es natürlich auch die Sänger aus diesem neuen Album, die aktuelle Sänger, richtig, genau. Ja, das habe ich falsch gesagt. Die aktuelle Sänger natürlich, immer noch aktuelle. Und sie heißen, so geht ihr Leben. Viel Spaß. Wie schon angekündigt, natürlich auch noch eine Fassung von einem Lied aus den Achtzienern, was ihr wahrscheinlich alle kennt. Aber noch nicht in der neuen Fassung, es sind ja zwei Fassern da auf dem Album. Eine, fast original, so wie es in den Achtzienern mit der Münchner Freien gespielt hat, und eine Handtakt. Und die Handtakt, wollt ihr euch ja, wollt ihr mal vorstellen, die ist ohne dich, darf ich heute Nacht, ist eine Handtakt. Ja, aber ich weiß nicht, dass ich gerade will. Aber ist klar. Wunderbar. Okay, unser letzter Sänger hier ist, ähm, ist so ein bisschen eine Philosophie, wie das allen noch ein bisschen egal sein könnte. Aber ganz ähnlich, man ist so, wie man ist, und wenn man so akzeptiert wird, ist es okay. Und wenn nicht, dann ist es sowas von egal. So meinst du, oh, oh, oh. Du hast ja vielleicht gerne einen Partner, aber da eine neue gekaufte, am besten, frischgekaufte CD. Wisst ihr, was total schön ist? Wenn ohne dich kommt, ne? Und man sieht so ein paar Pärchen hier vorne bei, ne? Ohne dich, da oben ab ist, da gibt es auch mal einen Cousin. Ist doch der Hammer, oder? Mal ein Applaus für die beiden hier. So, das ist alles klar. Ganz, ganz verliebt. Und schon wieder eins. Mann, Mann, Mann. So, jetzt könnt ihr noch das Album mit dem von 13. Wenn ihr es euch auch aufhängen möchtet, es wird unterschrieben, es werden Autogrammkarten gemacht.